3 zu 1 Niederlage bei Sturm Graz, Ergebnis das so in Ordnung geht? Ja ich glaube schon, ich glaube Graz hat sehr sehr viele Chancen gehabt und wir waren nicht zu zwingen, haben uns nicht die Chancen erspielt, die wir gerne gehabt hätten gegen sie, aber war glaube ich eine verdiente Niederlage letztendlich. Wie hast du das Spiel von hinten gesehen? Ja gut, war schwierig rauszuspielen, haben dann am Anfang gleich ein paar Blocks gehabt, wo es dann eine Ecke gegeben hat, wo es ein paar Einwürfe gegeben hat, dann haben wir uns auch ein bisschen umgestellt, haben wir den Harris gesucht mehr, dann ist glaube ich besser reingekommen, vor allem dann mit dem 1-1, das war natürlich super fürs Spiel, dass wir dann direkt 1-1 machen und dann waren wir glaube ich im Spiel drin. Kalt ist dir heute besonders nicht geworden? Wie bitte? Kalt ist dir nicht fast geworden heute, viel zu tun gehabt? Ja, das ist auch mal gut, wenn man viel zu tun hat, aber es hilft leider nichts, wenn wir dann verlieren. Ja, was bedeutet das jetzt? Es ist nur alles offen, Closer Showdown, nächstes Wochenende? Ja absolut, das habe ich vorhin schon gesagt, er ist unabhängig vom, um was es geht für die Platzierung, ich glaube das ist ein Derby und das wollen wir natürlich gewinnen.